Herzlich Willkommen bei Leine ab und leben. Hundstagewoche im Hotel Die Kleine Blume, November 2018. In einer unserer Hundetrainingsstunden konnten wir uns wunderbar Zeit nehmen, unsere Hunde zu beobachten. Wie reagieren sie auf gewisse Situationen mit anderen Hunden, aber auch Menschen? Wie nehmen sie Kontakt zu ihren Artgenossen auf? Wann und wie zeigen sie uns klare Beschwichtigungssignale? Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video und sage bis auf ein weiteres Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal!